Musik Das tut mir Geld, bis ich halte und nicht kaufe. Behalte? Ja. Behalte und mehr kriegen wir das. Dass man es dann in den Häusern so macht oder wo es Geld ist. Dass man Geld hat, um etwas anderes zu kaufen, was man nicht das Geld hat. Und mein Bruder hat zwei solche Dinge, die voll Geld sind und ich will auch so machen. Im Portemonnaie oder so, im Kästchen, wo es so einen Strich hat. Und dort können wir eben so Geld reinmachen, so Münzen. Dann machen wir es dort rein. Und dann, das ist einfach. Bye, bye. Bye. Oh.